Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herzlich Willkommen zu einer Spezialausgabe von Wer wird Millionär? Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie nun Ihren Gastgeber des heutigen Abends, Malte Schlichting! Herzlich Willkommen bei Wer wird Millionär? Heute zu einer Sondersendung. Wir haben ja schon diverse Geburtstagsvideos oder Jubiläen hier gefeiert, wie zum Beispiel eine große Weihnachtssendung oder das 10-jährige Modellstudio-Jubiläum. Aber worauf wir heute hinaus wollen, ist eine Überraschung, einen guten Freude. Heute am 7. September hat David Schröder, ein Freund der großen Wer wird Millionärgruppe Geburtstag und wird genauso wie die Sendung 20 Jahre alt. Hiermit wollen Marvin und ich dir recht herzlich gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag! Wir wünschen dir alles Gute für das nächste Jahr. Und dafür gibt es für dich natürlich auch das große Feuerwehr! Applaus 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 Und lieber David, wir hoffen, dass dir dieses kleine Video gefallen hat und auch Ihnen zu Hause. Das war es aber noch lange nicht so, denn in den wenigen Monaten sehen wir uns wieder mit einem besonderen Sprechen. Wir feiern nämlich das 10-jährige Jubiläum unseres Modellstudios und sicher, dass Ihnen diese besonderen Sprechen sehr gefallen wird. Das war es zumindest für heute von uns. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss! Applaus 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 Applaus